sanke momotaro 67 cm frischer yontai wir haben jetzt september im oktober wäre noch japanischer rechnung yontai er ist im august geboren also egal er ist im soll das maß ist sehr gut qualitativ ist der fisch sehr sehr gut tolle einteilung vom sumi sehr schönes penny gute körperform ist nicht fett lang umstreckt tolle sanke der kann 85 90 cm rein vom maß her ist er sehr gut momotaro hat sehr schöne blutlinien für sanke also ganz tolle fische